Herzlich Willkommen bei Schenken mit Sinn. Wenn man bei Schenken mit Sinn etwas bestellt, hat das Doppel-Sinn, weil man einerseits ein sinnvolles Projekt aus dem In- oder Ausland unterstützt, und auf der anderen Seite hilft man Menschen, sich wieder am ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Für mich ist halt, wieder einmal arbeiten, das ist gut, sagen wir so, weil ich lange daheim gewesen bin, krankheitlich, und das ist jetzt wieder für mich ein Stück, dass ich wieder weitermachen kann. Wir haben ja unsere einzelnen Projekte, die man mit unserer Spende unterstützen kann. Das sind sehr nachhaltige Projekte. Hier unterstützt man eine Familie mit einem Esel, einer Ziege oder einem Huhn. Man muss sich ja vorstellen, in Äthiopien ist die Situation sehr schwierig. Die Tiere werden hier auch als Arbeitskraft benötigt. Sie unterstützen die Frauen beim Wasserholen. Man kann das einfach so sehen, zum Beispiel bei der Ziege, dass es wieder Nachwuchs gibt, und dieser Nachwuchs kann dann wieder am Markt verkauft werden. Bei uns gibt es zum Beispiel T-Shirts, ein Esel-Kinder-T-Shirt, die Ziegen-T-Shirt, die dazugehörige Zigentasche. Einer meiner Lieblingsprojekte ist auf jeden Fall das Hilfspaket für syrische Kinder. Eine saugute Idee-Tasche. Hauben, Schals und Hauspatschen, Stoffziegen, Brillen-Etuis, Schirme, Stofftiere. Was Sinnvolles vor allem. Und um das geht es ja bei Schenken mit Sinn. Also das Logen von der Caritas ist ja, wir ist größer als ich. Und das ist schon, das muss man sich einmal vorstellen. Wir, da sind wir zum Beispiel wir da alle gemeinsam. Da sind wir größer als ein ich. Und das ist auch schön. Da fangen wir fast zu lernen. Da ist ein wie Schalge der Wind. 떠� dauert ein wie Schalge der in Rheinland und Wach